Mats Hummels hat mit einer neuen Frisur für Mächtigwirbel im Netz gesorgt. Der 34-Jährige teilte einige Bilder aus dem gemeinsamen Silvesterurlaub mit seiner Ex-Frau Kathi und Sohn Ludwig. Darauf ist zu sehen, wie Vater und Sohn die gleiche Frisur haben. Stiller Family, auch in 2023, Happy New Year von den Blitzfrisuren und Hummels. Der Blitz in der Frisur erinnert jedoch an ein Z, das Z-Symbol wird von Russland als Symbol für den Krieg in der Ukraine verwendet. Viele Nutzer kommentierten dies auch unter den Post des BVB-Verteidigers. Ein Z im H ist in den aktuellen Zeiten die zweitbeste Entscheidung, so ein Instagram-Nutzer. Viele User lobten aber auch den Umgang des ehemaligen Ehepaars und fanden es bewundernswert, dass sie Silvester mit ihrem Sohn gemeinsam verbringen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.